Erst zum 25-24 und dann ist es ein erneut wackelnder Moniz in der Annahme, der zum erneuten Satzgewinn der Bär-Vollys führt. Friedrichshafen gebrochen, ein Blick in das Gesicht des verletzten Wohin-Chatschitz spricht Bände, denn nach diesem bitteren zweiten Satz für die Helfler hatte man das Gefühl, dass sie sich an diesem Tag vielleicht einfach ihrem Schicksal ergeben. 6-1 Start mit diesem...